Einen schönen guten Tag! Oh Mann, ich wollte mal ein aufregendes Intro machen. Schönen guten Tag, ich bin auf dem Weg nach Hamburg zu so einer Talkrunde und jetzt hol ich Matze ab. Also ich freu mich ja eigentlich immer über Schnee, aber wenn man nach Hamburg fahren soll, dann ist es scheiße. So, wo bleibt der? Matze. Hallo. Irgendwie wird das immer mehr mit dem Schnee. Scheiße. Schneekatastrophe hier, ey. Wir sehen hier Torge, wie er Autofährt. Du musst gar nicht sagen, ich verstehe nicht, warum wir in 50 Metern schon wieder wenden sollen. Jetzt erleben wir Torge in seiner natürlichen Form, wie er ist. Wie bin ich denn in Riehl? Ja, das wirst du uns ja gleich zeigen. Verschwinde! Das ist schon das zweite Mal, also nicht hier, aber insgesamt, dass Torge einfach nochmal wieder zurückfahren musste, weil er sich verfahren hat. Danke. Bitte. Guck mal, alle nett hier in Hamburg. Ja, das ist alles frei, Torge. Das ist eine hübsche junge Frau im Auto. Hallo. Grüß dich. Hi. Ich werde noch einen Korrekturzug machen. Einen? Ja, einen! Hast du auch noch eine Korrektur von der Korrektur? Ich mach mal den Test. Ich sollte vielleicht... Ja, da... Ja, er steht wirklich genau auf der Linie. Aber genau. Ich geh so lange zu Snapchat. Machen wir jetzt ein Video im Video? Ein Video im Video? Oh mein Gott! Das ist der Oberwahnsinn. Aber wenn die dieses Video sehen, ist das ja schon gelöscht. Ja stimmt, das ist doch gar nicht so witzig. Das ist doof, total scheiße. Hier ist das. Wo? Hier? Sind wir schon da? Aber... Wie doof bin ich denn? Ich hab das Parkhaus eingegeben als... Oh scheiße. Auf Vollberg nach Nordwesten Richtung Hohe Bleichen. Cool, vielleicht kommen wir ja an. Weißt du mal, ich weiß es gerade nicht. Wir müssen weiter hier laufen. Rechts abbiegen auf Hohe Bleichen. Es ist echt traurig, dass man in der heutigen Zeit zu Fuß mit dem Navi läuft. Ja, aber... Woher willst du sonst wissen, wo das ist? Ich war da noch nie. Wenn ich durch Wessebun mit dem Navi laufe, das wäre traurig. Warte mal. Da müssen wir lang. Ich bin noch nicht so oft nach dem Navi gelaufen. Ich fahr eher nach dem Navi. Aber man muss doch dahin gehen, wo die Spitze hin zeigt, oder bin ich blöd? Ja. Ja, also dahin. Ja. Was denn? Ja, ich weiß, dass ich FreshTorge bin. Meine Güte, immer die aufdringlichen Leute hier. Mann, Mann, Mann. Ich hab auch ein Privatleben. Jetzt... Was machen wir das eigentlich gleich genau? Das ist noch gar nicht erzählt. Wir gucken uns einen Kinofilm an und danach gibt es eine Diskussionsrunde. Ne, es gibt keine Diskussionsrunde, weil ich der einzige Talkgast bin. Also ich könnte mit mir selbst diskutieren, ob ich meiner Meinung bin oder nicht. Das heißt, wenn der Akku jetzt alle ist, dann finden wir nie wieder zum Parkhaus zurück. Mir ist Vapiano, also. Ich mag Vapiano nicht. Sind das nicht die mit dem Gammel? Ach, das ist mir alles zu laut und zu hektisch und alle fühlen sich hip, weil sie einen blöden Dingsmelder an ihrem Tisch haben, der dann vibriert, wenn das Essen fertig ist. Ist doch bald Vapiano da, oder? Ich glaube, ja. Ist nicht so deins? Nö. Es sei denn, Vapiano möchte auf meinem Kanal werben. Liebe Grüße an Vapiano. Product Placements sind herzlich willkommen. Gut, dass du nichts zu kaufen möchtest. Nein, ich habe auch meine Ehre. Schon lange abgegeben. An Herrn YouTube. Du kleine Hure. Ich mache für jeden die Beine breit, wenn der Preis stimmt. Ich versuche eine Doris anzurufen. Doris kennt mich, aber ich kenne Doris nicht. Das ist gut. Ich hoffe einfach, dass sie mich erkennt. Du musst auffällig rumlaufen. Da ist keine Doris. Hast du schon mal ne neun Schuhe gefilmt, die ich habe? Wow. Von 139 Euro auf 59 Euro runtergesetzt. Das war nur so ne Schnapper. Wir haben Doris gefunden. Endlich. Die ganze Zeit Doris gesucht. Wie ist sie? Bist du ein Star? Ein Star? Ja, wir haben es geschafft. Das war sehr lange und wir haben beide saumäßig Hunger. Ich fühle mich, als wäre ich der Hauptdarsteller von The Walking Dead. So müde bin ich. Sie hätten auf jeden Fall schon mal gerne die Whopper, die beiden. Wo waren die denn? Hier. Ich habe lieber Fanta. Ja, Fanta. Mir egal. Ich bin für Ketchup. Du bist für Mayo. Ja, ich bin dir entgegengekommen bei der Fanta. Ich denke, dann nehmen wir eine Mayo. Ja, wir nehmen Mayo. Karten. Ich habe kein Geld. Wollen wir noch mal die Karte an? Ja. Dann nimmst du wieder. Weg ist sie. Wollen wir noch nicht? So. Einmal die M-Side. Ja. Der M-Side ist falsch. 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 Falsch.